Mein Name ist Raul Kübler. Ich bin seit Juli 2018 Inhaber der Tenure-Track-Junior-Professur für Marketing und Marketing-Analytics am Marketing Center der WWU in Münster. Ich werde Ihnen helfen, die konkreten Probleme, die Ihnen im Marketingalltag begegnen, mit den neuesten, adäquaten empirischen Methoden und mittels künstlicher Intelligenz zu lösen. In den letzten zehn Jahren hat sich das Marketing und vor allem das datengetriebene Marketing dramatisch verändert. In meinem Modul erhalten Sie das notwendige Update, damit Sie anhand Ihrer Marketingerfahrung und Expertise mittels neuer Verfahren und neuer Analysemethoden neue Datenquellen erschließen können und weiterhin gute oder sogar bessere Entscheidungen treffen können. Als Segler kann ich Ihnen garantieren, dass es am meisten Spaß macht, wenn Sie vornherf heraussegeln. Der Master gibt Ihnen das notwendige Rüstzeug, sich genau vor dem Wettbewerb zu platzieren und sich Ihren Platz auf dem Podium zu sichern. Weiter mit der Uni Münster! Untertitelung im Auftrag von Funk Hunter Popper Vielen Dank.